Im Netz gibt es einige Seiten, die sich explizit mit klassischer Musik beschäftigen. Rondo, Crescendo oder Concerti heißen diese Seiten, die Konzerttermine präsentieren, aber auch Alben und Konzerte rezensieren. Interviews und Hintergrundrecherchen gibt es auch zum Beispiel auf der Plattform Fun Magazin. Und jetzt gibt es auf diesem kleinen Markt der Online-Magazine über die Klassik eine neue Seite, die heißt Backstage Classical und wurde gegründet von Axel Brüggemann. Er ist Journalist, Autor und Regisseur und mit ihm spreche ich über seine neue Seite. Hallo Herr Brüggemann. Guten Morgen Frau König. Was war für Sie der Hauptgrund Backstage Classical zu gründen? Der Hauptgrund war glaube ich, dass es einen Rückzug von journalistischen Formaten über klassische Musik gibt. Überall, wir sehen das in den großen Feuilletons der Tageszeitung, wir sehen das natürlich auch im Radio. Wir sehen das überall, dass wirklich Musikjournalismus auf dem Rückzug ist. Und ich habe die Hoffnung, dass es erstens ein Publikum gibt und zweitens auch wahnsinnig Spaß machen kann, alle journalistischen Formen auf einer Seite zu bündeln. Also wir haben große Repertagen, wo Leute wochenlang recherchieren. Wir haben aber auch die schnellen News. Was ist eigentlich gerade heute los in der Welt der klassischen Musik? Und wir sind multimedial. Wir haben Podcasts, wir haben Videos, wir haben natürlich Texte. All das vereint sich auf dieser Seite Backstage Classical. Welches Publikum sprechen Sie denn damit an? Ich glaube tatsächlich, ich hoffe, jeden, der Grundinteresse an klassischer Musik hat. Auch da, glaube ich, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich der Seite nähern kann. Natürlich gibt es Best-of-Practices aus dem Betrieb. Also wir haben auch Autorinnen und Autoren, die aus dem Musikbetrieb schreiben. Zum Beispiel John Axelrod, der Dirigent, oder Stefan Knies als Dramaturg in Rostock. Der hat bei uns eine Kolumne Nordlichtheiß, die uns sagt, warum ist klassische Musik in Norwegen, in Schweden, in Finnland gerade so wahnsinnig gehypt? Und er bringt uns Best-Practical-Beispiele aus diesen Ländern. Und ich glaube, das betrifft natürlich eine Szene. Aber heute machen wir auf mit einer großen, langfristigen Reportage über den Pianisten Justus Franz und über sein Netzwerk in seinen Salons, wo er Alice Weidel empfängt, wo er Sarah Wagenknecht empfängt. Und wir haben das lange recherchiert und haben da ein ganz großes Lesestück und Reportagestück, das, glaube ich, eine breite Öffentlichkeit anspricht. Und das ist auch, wofür Black Backstage Classical steht. Wir wollen Musik mitten in die Gesellschaft stellen und mitten ins Leben stellen und sagen, es geht nicht nur um die Musikkritik, dafür gibt es sehr viele, sehr gute Seiten, sondern es geht darum, dass wir Musik wieder mit unserer Wirklichkeit verankern. Sie sprechen von wir, aber bei den Artikeln auf der Seite habe ich hauptsächlich Ihren Namen gesehen bisher. Wer steckt denn da noch in der Redaktion bei Ihnen? Also John Axelrod habe ich auch gelesen, aber sonst sind viele Artikel von Ihnen geschrieben. Also wir haben mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir haben ungefähr ein Team von sechs, sieben Leuten. Also Georg Rudiger hat gerade ein großes Porträt von Benedikt Stamper aus Baden-Baden gemacht. Antonia Munding ist Kolumnistin und recherchiert gerade an einem wahnsinnig spannenden Artikel über Menschen mit Beeinträchtigung in deutschen Orchestern. Stefan Knies, habe ich schon gesagt, hat eine Kolumne. Also wir haben vielfältige Schreiberinnen und Schreiber, aber wichtig ist bei all diesen Leuten, entweder kommen sie tatsächlich aus dem Betrieb, also Backstage Classical und erzählen uns von ihren Erfahrungen, oder sie sind tatsächlich Journalisten. Also es geht weniger, wie gesagt, um die Musikkritik, sondern es geht um den Musik- und Kulturjournalismus, den wir pflegen wollen. Was empfinden Sie denn als größte Herausforderung? Sie haben vorhin schon gesagt, dass viele Plätze für klassische Musik gestrichen werden, dass immer weniger darüber berichtet wird, aber wie begegnen Sie diese Herausforderung im Musikjournalismus? Ich glaube fest daran, dass Musik die Form ist, mit der wir emotional über große und grundlegende Dinge in unserer Gesellschaft reden können. Wir sehen ja übrigens auch, dass es lustigerweise in dieser kleinen Welt, wie Sie gesagt haben, Frau König, der Klassik, auch die gleichen Pole gibt wie in einer Gesellschaft. Es gibt Menschen mit nationalistischen und konservativen Ideen. Es gibt Leute, die progressiv sind. Und wenn wir diese Richtung und diese Ideen innerhalb der Kunst debattieren, können wir das oft viel freier machen als in den verhärteten Fronten der Politik. Und ich glaube, dass dafür Foren wirklich gesucht werden. Ich habe Gespräche ja auch geführt im Vorfeld mit Veranstaltern und Veranstalterinnen. Und das ist ja absurd, dass Musikjournalismus soll davon leben, von einer Kunst, die selbst nicht überlebensfähig ist. Also Opernhäuser, Orchester kriegen oft staatliche Gelder, damit sie überhaupt existieren können. Wir, die darüber schreiben, müssen aber davon leben. Und ich glaube inzwischen, zum Beispiel Michael Hefliger, der Intendant des Luceon Festivals, hat mich vor kurzem angerufen und gesagt, Mensch, wir investieren alles in unsere Social-Media-Kanäle. Und jetzt merken wir, es kommen gar keine Kritikerinnen und Kritiker mehr in unsere Konzerte. Es gibt dafür gar keinen Raum. Und diesen Raum wollen wir wieder öffnen. Und ich glaube, dafür haben wir auch den Rückhalt von vielen Veranstaltern, die sehen, wir müssen wieder über das, was wir auf die Bühne stellen, reden und debattieren. Denn der Sinn von Kunst und gerade von Musik ist ja, dass wir über etwas reden können, was uns sonst vielleicht schwerfällt. Und genau diesen Diskurs, den möchten wir auf Backstage Classical gern implantieren. Ihre Seite ist vor allem durch Werbung, aber auch durch Spenden finanziert und für alle Nutzerinnen momentan noch kostenfrei. Wie planen Sie das Magazin auch unabhängig und nachhaltig zu halten? Naja, also Werbung und Unabhängigkeit schließen sich ja nicht aus. Sonst gäbe es keinen Journalismus. Sonst gäbe es nur noch öffentlich-rechtlichen Journalismus. Und der ist ja auch nicht über unabhängig. Ich glaube, die Gewichtung ist wichtig, ja. Ja, genau, ich weiß nicht, ob der SWR jede Woche über die Verknüpfung von Theodor Kurentz und Russland berichtet. Glaube ich auch eher nicht. Also natürlich, ich glaube, dass wir, und ich habe es eben schon gesagt, ich habe im Vorfeld viele Gespräche geführt mit Veranstaltern, dass es eine Sehnsucht auch von Seiten der Veranstalter gibt, eine Seite zu haben, auf der ein gepflegter und lustvoller Diskurs über Musik stattfindet. Und deshalb gehe ich fest davon aus und hoffe, dass es da auch so eine Art Förderung gibt von Seiten der Veranstalter, beziehungsweise, dass die verstehen, dass wir kritischen Journalismus machen und dass sie sich auf dieser kritischen Ebene auch darstellen können. Ich bin fest davon überzeugt, ich war jahrelang bei der Welt am Sonntag, ein gutes journalistisches Produkt kriegt auch Werbung, weil es einfach relevant ist, dort aufzutauchen. Und zwar ohne Einfluss auf die Redaktion zu nehmen. Aber natürlich sind wir auch angewiesen auf Spenden. Es gibt einen Spendenknopf, den kann man drücken, den kann man spenden, was auch immer man will. Und das Erstaunliche ist, wir sind jetzt drei Wochen am Start, dass es sehr viele private Menschen gibt, die einfach da spenden, die von 5 Euro bis 500 Euro uns geben. Übrigens, alle Spenden fließen direkt in Gehälter oder beziehungsweise in Honorare für Autorinnen und Autoren, die da bereit sind und sagen, ja, wir wollen so eine Plattform. Und ich glaube, das muss auch der Geist sein. Auch wenn einem nicht alles gefällt, auch wenn es da Meinungen gibt, die der eigenen Meinung widersprechen, diese Seite soll in erster Linie Spaß an der Debatte machen. Und dafür brauchen wir unterschiedliche Meinungen, die wollen wir abbilden. Und dann werden wir eine Gemeinschaft, die im Streit eigentlich ihren großen Zusammenhalt zeigt. Und das fehlt vielleicht der Musik, der Kultur überhaupt, dass wir wieder begreifen, gerade in dieser Diskussion gegeneinander sind wir ein großes Miteinander. Und wenn wir diesen Geist ausstrahlen, dann wäre Backstage Classical echt genau das, was ich will. Sagt Axel Brüggemann, sein Online-Magazin Backstage Classical ist diesen Monat online gegangen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, Frau König. Danke, Frau König.